Norddeutscher Rundfunk 2021 Na gut, also können wir jetzt sagen, wir haben einen Menschen gesehen. Ganz weit entfernt. Ja. Ruhe hier. Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Karfreitag. Es ist totenstill. Wir haben allerdings einige wenige Motorräder gesehen, so gut wie kaum ein Auto. Ja, und Menschen gerade mal ein, jetzt eben auf weite Entfernung. Wir genießen hier ein bisschen die Sonne. Haben schon vier Kilometer abgerissen. Einer steht uns noch bevor. Oder anderthalb stehen uns doch bevor, keine Ahnung. Ja, und wir genießen den Feiertag. Und es gibt ja eben den kleinen Lichtblick am Horizont mit nächste Woche Dienstag arbeiten. Allerdings, was dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist, steht noch in den Sternen. Aber besser als nichts. Und ja, jetzt werden wir versuchen, das Osterwochenende so gut zu genießen wie möglich. Na, Hasi, ist das so? Ja. Okay. In dem Sinne, ich will mal schauen. Vielleicht gibt es nachher noch Motorradvideo. Muss ich mal gucken. Na. Ja, was los? Ist es euch warm? Schon ganz schön warm hier, Leute. Richtig schön warm. Allerdings haben wir festgestellt, dass es kaum noch Saatkrähen gibt. Früher war da vorne die Stromleitung immer voll. Jetzt sitzen da gar keine mehr. Also wir haben hier, ja, ich sag mal, gute zehn Jahre laufen wir jetzt hier, ne? Haben wir hier schon deutliche Veränderungen in der Natur wahrnehmen können. Auch deutlicher Rückgang von Insekten jeglicher Art. Aber wer weiß, vielleicht erholt sich ja jetzt auch alles wieder durch den Stillstand. Ich würd sagen, wir gehen langsam weiter, ne? Ja. So. Ich sage mal, bleibt gesund und macht's schön gut. Oh! Ein Flugzeug! Ein... Vierstrahlig! Kannste sehen. Echt, ein Flugzeug. Der ist auch flott unterwegs, sieht mir eigentlich auch nicht nach Verkehrsmaschine aus, aber egal. So, noch mal, bleibt gesund und macht schön gut.